Also das ist glaube ich erst mein 15. oder 20. Gefecht, jetzt seitdem ich den wieder besitze. Wenden denn es hier links um? Also ich zumindest. Richtung Hügel? Ja. Ich beschleunige gerade auf 1 kmh. Oh Gott. Du bist wirklich langsam. Das Drehen war langsam und das Fahren geht ja noch einigermaßen. Den kann man noch anschieben. Ja, die meisten Panzer kann man anschieben. Man kommt immer auf den Motor an, den man hat und ja, ruhig schiebt man nicht an. Ne, ich bin letztens, was bin ich gefahren? Mein T28 Prototyp. Und da wurde ich auch angeschoben vom 8er. Und wenn ich angehalten bin, ist er mit mir angehalten. Keine Chance, ne? Ne. Auf wenigstens ist es schön, dass man das inzwischen kann. Ging das früher nicht? Ne, ganz am Anfang ging das nicht. Da konntest du ja auch die Wracks noch nicht wegschieben. D14 Heavy in der Mitte. Ich glaub mal stehen. Dann. Freigeschossen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich hab nicht mal angekratzt. Ja, der, das ist ganz gut, dass der raus ist. Weil von vorne ist das panzermäßig ein Schwein. Der BT-7. Noch immer nichts aufgemacht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Genau. Oh, und jetzt dreht der ab. Ziel verloren! Kritischer Treffer! Toll. Kleiner Flinker. Ja. Habt ihr das gesehen, wie er abgehoben ist? Nee. Schade, dass das noch nicht geht, dass man die auf die Seite legen kann. Ich glaube, da hat nicht mehr viel gefehlt. Hier kommt was. Oh Mann, ey. Hä? Die Crew ist erst bei, weiß ich nicht, 90% oder so. So, ich komm nach. Mhm. Der ging voll durch Ihre Panzer rum. Wirkungstreffer. Sehr schön. Krashleger. Ja. Hier noch gekettet So, weiter vor Ui Oh, du Hetzer bei uns Der muss so langsam hingekrochen sein, dass niemand ihn gemerkt hat Weg ist er Oh, man muss der Kanone wirklich Zeit geben Ja So, ich wurde getroffen, AMX Medium, noch was schießt auf mich Wo? Geradeaus, der war, ist gerade aufgegangen Hast du gerade mitgenommen? Ja, die schießen eben von den Häusern auf mich Dann zurückziehen, dann fahre ich vor wieder Da ist einer rechts von uns Hier vorne, ich fühle dich hier ein bisschen hinter die Erhebung Ja, ja, ich fahre direkt drauf Da ist bloß noch ein DW-2 Der sollte mir eigentlich nicht so viel ausmachen Also Schaden kam auch nicht wirklich an bei mir Ich habe null Ich habe schon zwölf Treffer Also Marder-Zo und DW-2 haben auf mich geschossen von da aus Da ist was Das ging nicht durch, da habe ich mich eingehängt Da ist der Marder Da war der Marder Oh, das muss wehzen Ich sehe sie nicht leer Klasse Also einen wollte ich auch haben Hast du ja auch bekommen Jo Großkaliber, Stahlband Dafür, dass du gerade eben noch null hattest Abschüsse Achso Ach, das war auf Abschüsse bezogen Ja, ja Ja, ich habe Großkaliber gekriegt Stahlband Unterstützer Nerven aus Stahl Schläger Wirkungsfeuer Und Bombensicher Haben das gesamte Paket abgesahnt Ja Jetzt aber auch Ja, ich kann euch ja auch